Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier im Frühcafé. Ja, und das habe ich auch nicht alle Tage. Also das Studio ist proppevoll. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Unglaublich. Alle doch reinbekommen hier. Alle reinbekommen. Also ich stelle euch mal vor, ich muss kurz auf meinen Spickzettel gucken. Also hier habe ich jetzt Jan Silberstorf sitzen, sage ich Tai-Chi-Meister? Darfst du. Darf ich? Sehr gut. Und daneben Kai Schlup-Kotten und Erik David. Schön, dass ihr da seid. Und wir wollen direkt mal starten. Es geht nämlich um ein Event, nicht zu übersehen hier, das am Sonntag stattfindet, Deutschland entspannt. Worum geht es da? Was passiert denn da? Ja, wir wollten mal etwas Größeres auf die Beine stellen und haben überlegt, dass wir das Tai-Chi als Ding zur Entspannung einfach mehreren Menschen zugänglich machen wollen. Und dadurch haben wir uns halt mehrere Standorte überlegt, haben uns zusammengetan mit dem Meister Jan und haben überlegt, wie wir mehrere Standorte auf die Beine gestellt bekommen. Und über deinen Verband haben wir letztendlich jetzt 30 Standorte zusammenbekommen. Das heißt, ich stelle mir das so vor, es gibt eine gewisse Zeitspanne und alle gleichzeitig an diesen Standorten machen dann Übungen oder wie läuft das genau ab? Ja, also an diesen 30 Standorten werden wir Sonntag, den 19. von 11 bis 12.30 Uhr alle dieselben Übungen machen. Das wird auch live gescreened im Internet. Und so, dass diese ganzen Standorte alle zurzeit dieselben Übungen machen werden. Super, das wird ja wahrscheinlich ein gigantisches Bild sein. Und das Gute ist, das Ganze ist kostenlos, das heißt eigentlich, es kann jeder teilnehmen, oder? Ja, also Leute, die das machen oder zum ersten Mal dazukommen, sich dafür interessieren, vielleicht Berührungsängste haben, um in Sportschulen oder Kampfkunstschulen zu gehen, können einfach mal gucken und sich das Ansehen mitmachen, um einfach zu schauen, ob das was für sie ist. Und dann ist es auch noch was für einen guten Zweck. Vielleicht kannst du mal zeigen, du hast uns da was drin gebracht. T-Shirts entworfen, entspannt helfen und die Erlöse der T-Shirts oder des Verkaufs des T-Shirts, die auf der Internetseite www.deutschlandentspannt.de verkauft werden, gehen halt in die Stiftung von dir, Insel der Kinder. Vielleicht hast du das ja noch mal gesagt. Komplett weitergegeben an unsere Hilfsorganisation. Machen wir im Nachgang. Super. Vielleicht, ich habe jetzt am Anfang gar nicht gesagt, dass du hier mal unsere Gäste noch vorstellst, ne? Das fällt mir gerade auf. Vielleicht kannst du jetzt einmal noch mal kurz vorstellen, wer hier eigentlich hinterher kommt. Und zwar haben wir einmal Mona Lisa zu Rechten, hier aus Hamburg. Dann Marina von unserem Verband aus Bulgarien. Kathi von unserem Tai Chi Verband aus Chile. Und Frank Marquardt, der eine führende Position bei unserem Verband in Deutschland hat. Auch Kai, der Organisator des Deutschlandentspannt, ist Ausbilder bei uns im Verband. Das heißt, so ist die Zusammenarbeit dann auch entstanden? Genau, so ist die Zusammenarbeit entstanden. Wir wollten einfach mal für ganz Deutschland gratis, dass jeder mitmachen kann, mal ein Event machen. Und sieht auch so aus, dass das klappt. Wir sehen hier jetzt im Hintergrund ganz tolle Fotos von dir. Was ist denn Tai Chi eigentlich genau? Tai Chi ist eine klassische chinesische Kampfkunst, die aber eine sehr hohe gesundheitliche Adaption hat. Gerade heute, den Siegeszug im Westen, wie man immer so sagt, ist Tai Chi, hat es eigentlich durch diese hohe gesundheitliche Wirkung, bei Stressbewältigung, Bluthochdruck, aber generell als Prävention eigentlich gegen Krankheiten. In China gibt es ja diesen berühmten Satz, man bezahlt den Arzt, solange man gesund ist. Und wenn man krank ist, wird er gefeuert. Und Tai Chi ist halt sehr berühmt für diese Präventionsfähigkeit, uns gesund zu halten. So, du sagst, oder man sieht auch, es ist eher entspannt, trotzdem eine Kampfsportart. Das heißt, es kann auch actionreich sein. Es kann auch actionreich sein. Wir werden an dem Sonntag, weil wir uns da sehr auf Anfänger fokussieren, genau wie auch gleich, wenn wir das Programm einmal vorstellen, auf die sanften Bewegungen konzentrieren. Das ist die Basis immer im Tai Chi, aber ich werde zum Schluss auch noch mal kurz zeigen, wo es hingehen kann und ein paar explosivere Geschichten vorführen. Sehr gut. Kann jeder Tai Chi machen oder muss ich bestimmte Voraussetzungen mitnehmen? Nein, jeder kann Tai Chi machen, egal welches Alter, egal. Wir haben Leute bei uns, die fangen mit 7 an, wir haben Leute bei uns, die sind 85 und fangen an mit 85. Wir haben jetzt gerade eine Person, die jetzt Unterricht geben möchte, die hat mit 80 angefangen, mit 85 ihren Lehrerschein gemacht. Also jeder kann das machen und vor allen Dingen, man kann das überall und immer machen, weil man braucht keine besondere Kleidung dafür. Man braucht keine Dusche. Immer wo man ist, kann man so V-Teilchen machen, wenn man das möchte. Sehr schön. Das hört sich sehr gut an. Jetzt wollen wir nicht mehr so viel reden, sondern wir wollen natürlich jetzt auch was sehen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, schauen einmal noch mal auf unsere Verkehrskameras. Dann bauen wir nämlich das Studio hier ganz kurz um und dann wird es hier gleich sportlich. Wir wollen natürlich ein bisschen was vorführen. Also bis gleich. Ja, damit willkommen zurück hier im Studio. Wie versprochen, wir haben ein bisschen umgeräumt. Ja, und jetzt wird Jan uns was zeigen und fängt tatsächlich mit mir an. Ich bin mittendrin. Also was soll ich tun? Genau, ich habe mich ein bisschen hübsch gemacht. Sehr gut. Und jetzt den praktischen Teil zu nehmen. Wir fangen an mit der stehenden Meditation. Die ist so ein bisschen verwandt mit der sitzenden Meditation. Der Geist kommt sehr stark zur Ruhe. Wir entwickeln inneren Frieden. Wenn du dich mal schulterweit hinstellst, bitte. Hände vom Körper. Der Unterschied aber zur sitzenden Meditation ist, dass der Körper jetzt aktiv mit einbezogen wird. Wir sitzen den ganzen Tag im Büro. Der Geist ist sehr beansprucht, der Körper nicht. Im Tai Chi findet ein perfekter Ausgleich statt, weil wir genau das Gegenteil machen. Der beanspruchte Geist kommt zur Ruhe. Der passive Körper wird aktiviert. Und mit sanften Korrekturen kommen wir immer mehr in tiefere Entspannungsmomente rein. Dadurch wird Energie im Körper frei und gelöst. Wir fühlen uns sehr vital und wohl. Und die Lebensqualität, das Körper-Geist-Gefühl wird einfach sehr stark gestärkt. Die zweite Geschichte... Ich bleib so stehen. Du bleibst so stehen bis heute Abend. Und die zweite Geschichte ist, wenn wir das dann in die erste bewegende Übung übertragen, also alles, was wir da drüben in der Standmeditation entwickelt haben, kommt jetzt in die, wenn du mal bewegst, in die bewegende Meditation rein. Und die sogenannte frei werdende Energie im Körper, wir nennen das innere Energie, die zirkuliert jetzt durch den Körper. Und mit unserem Geist kanalisieren wir sie auf bestimmten Bahnen, zum Beispiel jetzt vom Zentrum, vom Unterbauch, die Wirbelsäule hoch. Und bei der nächsten Bewegung über Schulter, Ellenbogen bis Fingerspitze. Das wäre so eine Basisübung. All das, was ich jetzt vorstelle, werden wir am Sonntag für alle anbieten. Wir transportieren dann all das Gelernte in sehr viel komplexere Übungsabläufe, die sogenannte Tai-Chi-Form, wo dann die ganzen Selbstvertragungsbewegungen mit eingearbeitet sind. Wir entwickeln Ganzkörperkraft nach dem Motto, ein Teil des Körpers bewegt sich, der gesamte Körper bewegt sich. Was wir jetzt hier sehen bei Kathi, ist ein Teil des Formablaufs. Die Basis ist langsam, damit wir genau hineinspüren können, in diese tiefe Entspannung, Gelöstheit und Energetisierung des Körpers hineinkommen. Das ist dann schon etwas fortgeschrittener, Daniel. Das ist etwas fortgeschrittener, genau. Und es geht ja immer, du machst es heute zum ersten Mal. Marina macht es seit drei Wochen, Kathi sagt nach einem Jahr. Also es ist nichts, was nicht jedermann sofort mitmachen könnte. Aber natürlich vertiefen wir das ein Leben lang. Es ist also ein Lebensweg. Und wenn wir das dann noch auf Partnerübungen übertragen, machen wir zuerst eine ganz sanfte Partnerübung, wo wir einfach nur lernen, die Kraft des Gegners, also des Partners, aufzunehmen, zu verstehen, umzuleiten, ihr nachzugeben und die eigene Kraft dazu zu geben. Also aufnehmen, umleiten, die eigene Kraft dazu. Dass man dann auch erstmal langsam und sanft in Partnerübungen überträgt, dass man aufnimmt, umleitet und dann die eigene Kraft dazu gibt. Das wird nachher dann natürlich entsprechend sehr energiereich und effektiv trainiert. Einmal, was habt ihr gerade am Ende gemacht? Nochmal quasi euch. Ah, das ist unser Gruß. Das zeigt so die Menschheit. Es gibt keinen Nummer eins. Alle sind Brüder und Schwestern. Dann die Faust, weil wir Kampfkunst machen, wird gecovert vom Herzen für den Frieden der Welt. Also nochmal so ein schönes Symbol. Sehr schön, ja. Ja, genau. Und das Ganze geht dann hin, aber auch zu sehr explosiven Bewegungen, die wir jetzt an dem Sonntag nicht machen, aber vielleicht für einige so ganz Interessierte, um mal zu sehen, wo das hinführen kann. Vielleicht zum Schluss nochmal eine kurze Power-Verfügung. Sehr gerne, ich bin gespannt. Ich muss dazu allerdings... Willst du es abnehmen? Probier es mal mit. Lass uns das an. Wir probieren es mit. Mal gucken, was passiert. Wir hoffen, dass es dranbleibt. Okay, so. Dann musst du dich kurz, wenn du einen kleinen Meter zurückgehst, kurz. Genau. Okay. Okay. Sehr schön. Also das ist tatsächlich noch viel mehr Action mit drin. Genau. Dann würde es nachher wirklich reale Kampfkunst tun. Sehr schön. Vielen Dank für die Tipps. Thank you very much. Ich mache es jetzt auch nochmal. Wie mache ich? Genau. Kein Nummer eins. Alle Brüder und Schwestern. Faust wird verdeckt von Herz zu Herz. So. Sehr gut. Doch was gelernt. Also an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Am Sonntag Deutschland entspannt. Bundesweit hier in Hamburg am Planetarium geht es los um 11 Uhr. Jeder kann mitmachen. Sie haben es gehört. Kostenlos. Und das Ganze auch noch für einen guten Zweck, wenn Sie ein T-Shirt kaufen. Also das lohnt sich wirklich. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Vielen Dank. Tolle Action hier im Studio. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Bis gleich.